Vom urbanen Stadtcharakter über eine zeitlose klassische Gestaltung bis hin zum Landhausstil. Ebenso wie der Rest Ihrer Einrichtung lässt sich selbstverständlich auch Ihre Küche ganz persönlich gestalten. Hier dreht sich alles um Ihren persönlichen Geschmack. In welcher Stilwelt fühlen Sie sich am wohlsten und mit welcher Farbstimmung wollen Sie sich umgeben. Nichts beeinflusst die Atmosphäre eines Raumes mehr als Farbe. Warme Töne wirken anregend, kühlere eher beruhigend. Ton in Ton erzeugt Harmonie, ein guter Kontrast hingegen spannende Akzente. Neutoküchens Mattlack-Konzept bietet mit 20 Farben und 4 Frontenformen eine große Auswahl. Beim modernen Küchenstil verbinden sich Funktionalität und zeitlose Wohnkultur in einer idealen Symbiose. Gratliniges Design mit oder ohne Griffe und eine klare Formensprache machen die moderne Küche zu einem echten Hingucker. Für Liebhaber des Traditionellen gibt es den klassischen Landhausstil. Dieser kommt heutzutage ausgesprochen zeitgemäß daher und strahlt dabei Wärme und Behaglichkeit aus. Liebevolle Details, nostalgische Elemente und das raffinierte Spiel mit Farben machen einen großen Teil des Charmes aus. Ganz gleich, ob Dekore die Wärme von Holz ausstrahlen, kühle Akzente setzen oder neutral gehalten sind. Hauptsache Farben und Formen sind zeitlos. Denn das ist das Grundprinzip einer Küche, die sich in jede Umgebung einfügt. Und hier nochmal die Checkliste. In welcher Wohn- und Stilwelt fühlen Sie sich zu Hause? Welche Wörter beschreiben Ihren Küchengeschmack? Für jede Küche gibt es die passende Stilwelt. Dabei stehen Farben für Inspiration und Kreativität. All dies lässt sich an Sie und Ihre individuelle Persönlichkeit anpassen.